Wenn Prinz William schließlich den Thron besteigt, wird Großbritannien seine sechste Königin Katharina haben, aber wird sie dem Fluch ihrer Vorgänger entkommen? Wenn der Prinz von Wales schließlich den Thron besteigt, wird das Vereinigte Königreich mit der sechsten Königin Katharina beehrt. Doch ein Autor warnt vor dem Schicksal früherer Königinnen, die ihren Namen tragen. Ein neues Buch, der Katharine Kot, hat auf die Schwierigkeiten hingewiesen, mit denen die Königin Katharina vor ihr konfrontiert war. Eine wurde verlassen, eine andere enthauptet und die dritte fälschlicherweise beschuldigt, ihren Ehemann, dem König, vergiftet zu haben. Der Autor Bob Kassai verrät, Kates fünf königliche Namensvetter hatten auf verschiedene Weise Unglück und wurden oft von ihren Ehemännern misshandelt. Katharina von Aragon, bekannt als erste Frau Heinrichs VIII, war die Tochter von König Ferdinand von Aragon und Königin Isabelle von Kastilien. Sie war zunächst mit Heinrichs älteren Bruder Arthur verheiratet, der 1502 als Prinz von Wales starb. Um das Spanische Bündnis aufrecht zu erhalten, heiratete Katharina sechs Jahre später Heinrich. Sie hatte sechs Kinder, aber nur eines, Maria I., überlebte. Da es ihr jedoch nicht gelang, einen männlichen Erben zu zeugen, ließ sich Henry für Anne Bolin von ihr scheiden. Katharina wurde vom Hof verbannt und starb nur drei Jahre später. Auch eine andere Frau Heinrichs VIII namens Katharina hatte ein düsteres Schicksal. Katharina hatte ein düsteres Schicksal. Katharina hatte ein düsteres Schicksal. Katharina hatte ein Mr. Scheisse p't Webster. Reaktion Dollern. Kunden vor allem lists R